Was war denn der Stamm? Wo ist er denn? Also Geo sehe ich. Wo ist Lache? Und da hat er besondere Name. Ah da ist Mike. Mike, gehst du auch? Fährst du auch den Camaro? Na klar. Mann, ne ich hab dich lieb. Genauso wie gestern, da hat sie auch mein Name. Alter ist das laut. Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. Ich habe gerade mal Wiederscheidprobleme. Wie immer. Da geht, da geht. Das war ich nicht. Mein Lenklatsch geht zu uns, dass ich da stehe. Geil. Nein, da haben wir den Bestandels. Ja. Oh, verdammt. Zeißen. Ja, ich kann so oder so nicht fahren. Das kannst du vergessen. Ja, nicht vor mich fahren. Ich weiß nicht, wo ich hier bremsen muss. Achtung, der Benfadell. Fuck. Ah, ich kenne den. Hey, der schießt mich hier einfach mal ab? Ja. Sorry. Der macht es absichtlich. Sorry. Wer denn? Ich habe auch jemanden abgeschossen. Hey. Ich weiß, ich habe es gerade so gebannt. Ja, das war ja gestern einer der wenigen nicht so Chlorale im Moment. Ja, ich weiß. Ich habe schon irgendeinen grünen B6 abgeschlossen. Ich glaube Amphrey oder so. Aber bei dem Benfadell, da habe ich ja zum Glück duke hinter mir. Oh, alter Schwede. Schon wieder auf Track. Benfadell. Amine Benfadell. Ja. Der ist eben auch ein... Das ist nämlich, glaube ich, der gewesen, der... Der einfach mal plötzlich aus dem Nichts kam und in die erste Kurve reingedivet ist. Ja. Primo, du bist hinter mir. Und irgendeiner meinte da eine Lage und ich unterfahre ich nicht. Ja, das war ich. Oh, das ist richtig. Ich kriege gerade mal einen Ruf hier irgendwie nicht unter Kontrolle. Und ja, schalte ich immer zweimal. Fuck. Gibt es irgendwo eine Möglichkeit hier zuzugucken? Nein, 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 nein. Ich streame. Ja, nein. Das wäre schlecht. Bitte nicht. Die Auslastung, glaube ich, zu hoch. Wow. Alter. Kannst du bei mir zugucken? Ich würde dich dann kurz freischalten. Ja, ist auch nicht so nötig, ja. Ja, du kannst natürlich dem Stream zuschauen. Mike. Äh, hier. Lache. Ja. Ja, das habe ich ja vor. Stimmt, das ist natürlich eine sehr gute Idee. Ja, dafür ist glaube ich das Stream da. Ich halte deswegen habe ich mir gerade auch gefragt, hey, schief. Machst du noch was uns redest? Ja, ich habe gerade so eine blöde Erinnerung an Katze, da ich mir unbedingt zusehen wollte. Während ich das Stream unter. Krötzlich fragte ich dann bei mir auch an. Wollen. Schauerverkehr. Tag. Wollen. Schauerverkehr. Nein. Wo muss man denn hier bremsen? Ich habe gerade echt ein Problem mit meinem Lenkrad. Äh, mittleres Bremspedal. Ja. Bischof ist gerade vor mir. Äh, der verschwindet öfters mal. Dann haben sie es immer noch nicht gefext. Ja, bei mir auch. Der Humphrey. Mit einem Tausender bling. Okay. Ja, der Bischof hat aber auch einen springenden King. Ja. Achtung mal, Kirill, der Humphrey, der ist immer wieder unsichtbar. Wow, 2000. Echt sehe ich gar nicht. Ja, das ist nämlich genau das, was wir testen wollten. Weil das die aktuellen Probleme sind. Und das weiß jetzt mittlerweile auch, die haben sich jetzt auch dazu geäußert. Ja. Ähm, die haben mich jetzt eine Liste aufgestellt mit Fragen, die man im Forum bitte beantworten soll. PullCop hatte auch schon, glaube ich, geantwortet. Ähm, und da ging es darum, dass sie eben die ganzen Daten sammeln wollen, damit sie es einfacher haben, Probleme zu lösen. Ja. Also, du bekommst dann einen High-Pick oder wie? Ja, also, das aktuelle Problem ist ja eben, dass man sehr viele Ping-Unterschiede hat. Also, mal hat man 20, dann hat man wieder 1000. Ja. Und dass man halt immer wieder unsichtbar wird. Ja, das passt gut. Ich hab echt ein bisschen Schiff bei Schiffs bei dem Bischof, aber der ist halt gut weit weg. Wow. Ich bin halt genau neben dem Humphrey. Das könnte vielleicht sein, dass Schiff unterschbar war, wenn das Problem noch besteht, ne? Oh, Mike! Bist du vorbei? Ich wollte dich anbanden. Boah. Boah. Wie ist so die Kurven so? Äh, aber auf der Geraden umso mehr, ne? Ja. Schön, schön. Ich hab' ich auch. Aber ich weiß immer noch nicht, wo ich Bremsen bin. Bei einem Anfang vom Track. Nee, nee. Sorry, Humphrey. Okay, das war zu spät. Er hätte hinten mehr Stabby gebraucht und weichere Federn auf jeden Fall. Das ist so schade, dass ich das nicht mehr machen konnte. Ja, da hab' ich mich verrechnet. Alles gut. Das spielt sich ja dann gleich ein. Eben. Ja, ich brauche mich dann mal Zeit, mir mein Lenkrad einzustellen. Weil ich halt dann wirklich jedes Mal zweimal hoch bin und ich nicht so geil bin. Bei R3e hat da keine Upshift Protection, ne? Doch, A3e. Echt? Kein Zug verstellen. Habe ich auch schon hochgestellt, aber es bringt nichts. Oh, wo ist er? Oh, da ist er. Aber es ist auch nur, also in derselbe Post halb ich das auch, aber nicht so extrem wie im Race Room. Weil Race Room ist halt bei jedem Schaltvorgang einfach. Oh, der Schmitz leckt hinten mir. Ich hab' Angst. Oh, jetzt knallt's bestimmt. Wo ist er? Doch nicht. Siehst du ihn auch lecken, Mike? Ich seh' ihn gar nicht jetzt. Ja, bei mir ist er jetzt auch weg. Der ist neun da. Wo ist er hin? Weg. Neun da. Ach, der ist hinter euch irgendwo. Der ist vor mir. Ich bin gleich, ich bin irgendwo am Arsch der Welt. Mein Motor ist gleich kaputt. Oh, kacke. Alter, hier ist er. Er ist vor mir. Ich hab's gesehen. Oh. So, ich bin dann mal weg. Tschüss. So. Das wird jetzt interessant. Oh. Oh, wo ist er denn? Fahr einfach. Ich weiß nicht. Ich kann's doch echt nicht fahren. Boah, Alter. Ich fahr einfach, sagt er. Im Moment tauchte direkt vor mir. Jetzt ist er in mir irgendwo. Oh, den wir zu Dextru. Die Frage ist, ob mir hinderlich die Liga verschieben bis zum Dezember-Patche. Start mit dem Lösch... Mike? Ah ja, da bist du. Ich bin, müsste eigentlich gut laufen bei mir. Hey. Tut's nicht. Auch nicht? Ja. Ups. nicht aufgepasst zeit schlafen ja ein bisschen geist er ist ja gut wo man ein bisschen aus ich habe dann abgeschossen weiß es nicht ja mike verschwindet ganz gern mit auf ich habe mir erst jetzt und wieder auf der freie du auch oder kommt einer es müsste Der schmitzt in der Box. Hat sich zurück gesetzt. Das ist ja nur Kraut und Lügen. Ne sag ich doch, das war AJ. War gar nicht Powerpack. Was fährst du für ein Auto? Endlich. Aber Powerpack ist mir für jeden reingefahren. Ach, Leckensdorf. Schlüthi ist auch 2. Hey. Der ist im Race Room besser als in der Tee, ja? Der ist im Race Room gar nicht so schlecht. Der ist eigentlich bei jedem Event dabei. Na cool. Ich fahr so schlecht, echt. Der Auto ist schlecht. Na klar, deswegen hab ich mir so gut. Es geht eigentlich. Aber der Nizza war schlimmer. Das ist... Meint der auch, ich bin schlecht. Das hab ich ja sogar gesagt. Ja. Ja. Aber das sehe ich ja nicht so. mein Mann. Ich bin schlecht. Ach so. Ich bin schlecht gewesen. Ich bin schlecht gewesen. Ich bin recht, ich bin schlecht geworden. Ich bin schlecht gewesen. Auspuff, Blubber, wenn du vom Gas hier unten bleibst. Aber geil, mein Spiel hab ich einfach nur minimiert. Das ist hier gar nichts mehr. Jetzt gehts wieder, wow. Was war? Mein Spiel ist in Windows getappt, ich hatte ein schwarzes Bildschirm. Da ist auf jeden Fall schon mal alles dabei, gell? Ne, mein Netzteil ist heute noch nicht abgeräumt. So richtig lustig ist es nicht, aber gut. Nein. Für 80 Euro. Für 80 Euro, was meinst du? Content mäßig. Ach so, ja. Kann man schon was erwarten eigentlich. Sollte mal. Weiß auch nicht. Als vor allen Dingen haben sie geschrieben, dass es ein Problem mit dem... War? Äh, dass sie das Problem mit den unsichtbaren Fahrzeugen im Griff haben, ne? Und dann kommt sowas. Ne, noch nicht im Griff haben. Ach so. Ach so. Ja, und jetzt kam halt der mit dem Patch wieder in den Tag. Das ist halt ärgerlich, weil schon an Pakt landen, ne? Ach so, die uns nicht mal ein Fahrzeug gemacht. Ja, das haben sie eigentlich in den Griff bekommen. Ja, aber dafür sind wir jetzt alles. Das kann eigentlich nicht sein. Ja, das ist echt kacke. Erstens. Herr Kamara hört sich an, als wenn ich die ganze Zeit durch den Sandkasten tarnen würde. Alles knuspert hier und macht Gerüche. Ja, wenn du halt mehr neben der Strecke bist. Bin ich gar nicht. Danke, wenn du ein bisschen mehr im Rhein rauskaufst. Na, das ist hier amerikanische Wertqualität. Jetzt komme ich mit der Wart mir ganz gut klar. Ich glaube, ich komme sogar näher an die zwei vor mir. Ich wollte ja nachmal richtig schalten können. Das macht mich so ein bisschen... Ja, das ist groß. Aber ich verstehe das nicht, wie das heute auf morgen passieren könnte. Oh! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Da kenne ich jemanden, der kann ihm noch bessere Tipps dabei geben. Puh, Elche! Ach, er ist hier übrigens, es gibt jetzt ja Blattfüße auch im Race Roof. Ich habe ABS an. Oh, der Bolli tritt sowas! Jawoll! Platz 5! Schmüti auf 1! Hut ab! Hut ab! Aber ganz knapp, glaube ich. Ja, sieht so aus wie Sekunde oder so. 5,10! Ach, verdammt! Meine Hinterradreifen sind fertig mit der Merke hier. Voll! Ach, ich mag das Auto einfach! Macht Spaß! Jetzt habe ich es noch mal richtig! Das ist schon... Glückwunsch! Oder was soll man jetzt sagen? Ich kann euch leider nicht antworten, weil ich keine Möglichkeit habe, den Chat live zu sehen und ich habe Scheiß gelaufen, den ich nicht unter Startaufstellung. Achtung! Alter, haust du das Glückwunsch da mal ein Ding kriegt? Oh, ich habe mich mit dem Bildschirm wieder ein bisschen frei. Hö, größer, 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 größer! Ich sehe nichts. Und weil ich den Racer richtig hier lebe kann, ist einfach. Ja, und einer leckt da richtig. Ich glaube, es ist falsch. Ach, schuld der Abschluss! Ich glaube, keiner schuld. Oh, der kommt einfach wieder auf die Strecke! Oh! Nee, ich kann es da halt nicht lesen, also ich muss doch mal einen Laptop aktivieren, wahrscheinlich. Scheiße, Scheiße! Ist ja mit Kernsuchen... Also ich habe bis jetzt noch keine Kurve ohne Abfliegen gemacht. Ja, ich bin da auch wirklich durchgeflogen. Ja, das war ich. Ja. Alter, ey. Das klappt schon wieder nicht, ja. Jetzt sehe ich nicht mehr. Wie der Motorhauer, die ist so gut. Was ist denn verboten? Boah, das ist beim SLS immer so eine Kacke. Ja, du geht rüber zu rennen, werden schwierig, also läuft hier. Es läuft super. Also ich sehe hier zumindest jetzt auch niemanden irgendwie rumbogen. Hey Jay, was machst du denn? Ich habe mich rumbogen gesehen. Nein, das war kein Buch. Ach, war das deine Internetleitung, oder? Was? War das deine Internetleitung, oder? Ja, ja. Ja, ja. Ah, ja, okay. Ich glaube, das ist ja cool. Das ist doch was. Ja, okay. Ja, das ist halt das Spiel, die du machst. Ja, aber auf Laguna Sega jetzt sehe ich niemanden blinden. Na ja, es sind nur drei vor mir. Die kommt schon wieder näher. Ja, aber ich kriege mich nie wieder. Bei der blinden Möhre staunt es einfach nicht mehr. Ja, den Scherfer geht heute auch ab. Ja. Warum nicht immer so? Die Jungs, wo hinten ein bisschen blicken, die haben sie nach vorne mit dem Scoreboard und dann wieder nach hinten rein. Der Bischof ist nicht schlecht. Kennt denn jemanden? Ich glaube, der war doch schon bei mehreren Rennen mit dabei, oder? Ja, das weiß ich auch. Nö, aber sonst. Ja, dann ist mein PKD mit, oder wie die heißen. Ach so, das kann sein. Oh, was geht denn? Meine Güte. Ah, Matthias, du auch? Nun zack fährt auch die besten Leute. Jungs. Ey, hey, hey, bist schon wieder da. Ach. Oh, shit, shit, shit. Es geht auch, es geht auch, es geht auch. Vielen Dank. Vielen Dank. Mann, ich fahre immer über diese Runde. Das darf's nicht. Was? Du verlierst die Kontrolle fast. Wieder Bremsfunk vergessen. Nein. Scheiße. Oh, shit. Pass auf. Ich sammle ihn ein und gebe ihn dir nach. Ich bin. Ich bin. Alter. Der Camaro, der ist wahnsinnig schnell auf der Geraden. Gerade gegen den Audi, der hat ja sowas von gestanden. Das hat man ja in Zahnfahrt schon gesehen. Der Bischof ist richtig stark. Und jetzt ist der Gitarre. Und jetzt ist er. Der Tick. Oh, 1,3 Sekunden. Was ist denn los? Was ist mit dir los, Vycor? Nein, ich hab endlich einen Schaden. Ich hab eine Anity. Ah, du warst grad unsichtbar. Kurz. Ja. Dann kannst du bei mir durchfahren. Nein, nein. Nein. Oh nein. Jetzt geht es doch ganz schlecht. Ja, weil alle wahrscheinlich nicht. Jetzt geht es auch direkt heiß her mit dem Maiki. Ist da jetzt einer? Echt? Oh, krass. Bin ich unsichtbar, Geo? Ja, ich bin unsichtbar. Läuft. Echt? Wo bist du? Ich hab eben die Stütze abgeschlossen von der Linkskurve. Also ich muss unsichtbar sein, anders geht es nicht. Es waren freie Plätze, mich bei der Standstelle. Ich war eben... Ja, dann war ich das wohl. Du bist direkt vor mir verschwunden. Ich war hinter dir in Standposition. Wo fährst du gerade? Ich bin jetzt ganz hinten. Das Vorletzte auf dem Radar. Ich hab jetzt aber auch Motorschaben auf dem Radar. Ich war zu spät dran hier. Mann, seid ihr doch schnell an der Kurve. Das ist voll die Fraktion jetzt hier vorne. Ich bin der letzte aquilo gemacht her. Ich bin der Zurück, ich bin der spear. Ich bin ihr echt diagnostic. Das ist immer wichtig. das war ein bisschen bereit das sich gedreht ja ja fahrfeder zu viel gewollt auch sie reparieren dann nicht mehr sollte man eigentlich noch rot im roten bereich schalten oder also ich schalte wenn der rote bereich geradezu immer auftaucht ja nein oh oh was ist jetzt los Das war's. 1,59,1. Lustige Zeit. Oh Gott. Schnell weiter, geradeaus. Hey, hey, hey. Kippe. Oh, E.J., bist du irgendwo dann hier? Ich bin eben bis zu einer Schikane angekommen. Aber mein Auto ist eh nicht mehr konkurrenzfähig. Ich hab'n Top-Speed von 210. Oh, fast gut, Maiko. Ja, ich hab' mich, glaub' ich, verschalten. Könnt' sein. War so schön knapp davon. Kann's ja warten. Ja, mach' ich gleich. Nein. Wieso? Gibt der Spannung? Bei Rennen. doings! Geben. Ja, ich bin aus. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wow. Aber schön, schön. Hast du gewiss, Michael? Nein, natürlich. Scheiße, ich merke, ich treffe die Bremse. Merkst du auch die Reifen jetzt? Also ich glaube, den Down reicht ab jetzt schon. Hm, geht noch. Ach nee, da ist ja die Anzeige. Ja, nee, fühlte sich noch grad zu an. Oh, fuck. Halt, wir fallen ja die Putze. Check out. Ich muss mich spielen. Scheiße. Ich hab keine Leistung auf der Geraden. Ja, dann zieh ich den mal ein bisschen weg mit dem Porsche. Ja, das ist schon mal. Das ist schwerer. Du ist das okay. Keine Absparen davon. Was, nee, nee. Schnell, oder? Schnell, oah, ja. Bob, fahr ich dir hier zu viel quer hier. Das um jetzt einfach vor Schieb zu halten. Allen Mitteln. Mit allen Mitteln. Erlaubbar. Besser. Aber mal schauen. Dann weißt du, was du alles erlaubst. Alles. Und warum verlierst du so viel in der Kurve hier? Keine Ahnung. Ui. Blech. Ich hab auch kein Set oder nix, ne? So als Standard hier. Vielleicht liegt's da dran. Hehehe. Fackbar. Seht ihr mich eigentlich aufs Startenziel gerade? Also auf dem Radar? Nö. Ich schon. Aber fährt zumindest dann eins. Boah. Ey, sorry. Ja, ich, äh. Schon gesehen. Also ich bin nur im Rutschen auf der Bremse. Ja, ich bin nur im Rutschen auf der Bremse. Jag nach unten. Ich bin nur im Rutschen also. Ich bin nur im Rutschen. Die ganze Rutschen auf dem Rutschen könnte sein. Dann gehe ich in Rutschen. Ich hab germes, vorne um, und in der Body. Das hier kommt aus, wenn ich nie bin. Die Cow In D 식 ge茅 mit mir dabei, Was stand denn da links? Gibt's doch nicht. Pah, du fährst die aber auch ganz nett. Oh, da steht einer. Ja, ne? Oh, bremst du hier früh. Okay, das möchte ich merken. Weil ich da gerne viel räumen lasse. Achtung, ich bremse hier früh. Ja, ich bremse lieber außen an. Oh, jetzt wird's eng. Hm, ich bin wieder über 50. Ja, bei dem Abbremsen. Aufwand. Aber auch zu früh gebremst. Wir kommen ran. Ja, irgendwie würdest du mir reichen. Da ist er. Was? Ja, jetzt geht's los hier. Ach, scheiße. Was? Nach Einfahrt zu viele Fehler. Ist so. Hast Dreck am steigen, ne? Ah. Diesen. Einwerb. Mach Spaß, ne? Macht Laune. Ja, jetzt. Ach. Es macht hier richtig Spaß. Im Gegensatz zu Assetto Corsa. Da finde ich das alles ein bisschen sehr schräg da. Von Schärfer hat ein Strafe bekommen. Wenn Schumacher ist. Komme. Überhole erstmal Schärfer. Naja, ich muss jetzt direkt vor dir sein. Ja, das ist gut. Bis ich wieder verbremst hab. Cool, danke. Oh, der verkampft ihn hier. Ehm. Nein, Mann. Warte war das schlecht. Nein. 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 das sieht sehr gut aus ich bin halt schaffen keine runde mehr das konnte ich nicht in die kurve rein, wegen ihm, scheiße, es tut mir leid mir ist nichts passiert die gewonnenen so zerrundeln wir schaffen aber kurz vor knapp keine Wunder mehr oh verdammt wärst du noch mal mehr verteidigt gegen ihn, wärst du noch mal durch gewesen, dann wärst du durch nein, zabel ich dich so oh Timo, es gibt einen Top-Speed-Matter ja Mike, die Verschwindung ist bei mir warum auch nicht, ich bist da hinter mir oh, Geoquette direkt vor mir es geht los ja, ich seh den Mike nicht mehr oh, was ein Start seht ihr, dass ich vor euch bin? ja, hier das ist ja scheiße oh Gott, der bremst ich habe keine Ahnung wo du bist ganz weit weg Aber ich guck wieder ich bin jetzt nämlich nicht 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 gut was ich weiß ich weiß ja ich sag mal ist eigentlich vorbeikommen oder was zu versorgen jetzt vorletzter ich dachte ich das in platz für ich hab dich nicht gesehen naja du willst ja nicht wo ich bin eben ist mal vor mir aufgekloppt ich denke sie nicht genau da war ich dann bin ich ja da bin ich aufs kies weil ich dachte das ist ich bin trotzdem ich habe von den klären schneller als der das ist ja übel oh scheiße und weg boah schuldig schikale verkacken ist da wohl nicht abgeräumt und motorschaden nein oder doch hat mich abgeräumt beim hausgeschreit die motorschaden gibt es das jetzt richtig die gibt es schon immer wenn du zum beispiel mit dem porsche mit dem hängel wo rein kannst direkt vorbei ist der motor komplett am arsch oh also hier im racehund ist das so krass schick dann schauen wir euch vorne halt mal zu ach kann ich ja gar nicht doch warte mal da müsst ihr immer race monitor sein nee das hast nicht mehr wenn du im dmf bist das könnte jetzt quasi racing werden und spektellte motos stattdessen das könnt ihr ja auch mal ändern vor allem hatte ich den überstart ne ich war von drei und beim start habe ich euch beide links und rechts den kamaro und den muss dann einfach mal stehen lassen naja da hat es recht vergeigt aber ja jetzt natürlich schade einfach scheiße man das hatte ich eben auch schon mal auch auf munter dass ich da unsichtbar war das m das der kam 90 ja das das ihr liebst noch hände die gibt es nicht wird alles aber es ist ein Längel 90 das will ich halt wir nicht wegen lieber so hier gibt es halt geile überholmanöver wenn du dich so ansaugst ich krieg auch schon mich langweilig es sei denn da kommt einer her der so ein überfliebend schnelles auto hat ja es ist ja schön dass ich jetzt hier vorn bin aber irgendwie ist es auch langweilig was soll ich machen mich zurückfallen lassen noch mal von hinten an ja auch quatsch hier wir standen das rennen einfach noch mal tja schön dass ihr gehen würde davon wird der kam auch aber auch nicht langsamer ja dann bin ich vielleicht kein ghost car naja gut also ich sehe dich die ganze zeit echt ja und was warst du aber nur am anfang ghost car ich wurde ja vorhin in der offene bockung auch noch gesehen das ist wieder crazy schüter ja ich denke war vier sekunden hm 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 m hm 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 ist Wie siehst'n du, wie guckst'n du grad zu? Ähm, Renn-Modiktor. Siehst du mich? Zeit-Infos. Nein, ich sorg' nicht Zeit-Infos. Also ich hab' eben zwei Leute, die Parabolika einbieten sehen. Wenn du das über Renn-Modiktor würd' ich dich eigentlich sehen. Auf jeden Fall. Jeffenes? Ja, ich will dir das zusammen. Ich habe den Bellen am Rennen. Ich habe den Bellen am Rennen. Ich habe den Bellen am Rennen. Das ist eine erste. Meine Lenn-Modiktor-Grock. Ich habe den Bellen am Rennen gestorben. Die Lenn-Modiktor-Modiktor-Hilsterkons. Oh Gott, nee, oh Mann, schön rangekämpft und dann einmal den Bremsverrung glatt 200 Meter verpasst. Siehst du mich? Habe ich dich aufgehalten? Ja, ja, klar. Ah, cool. Dann kann ich ja wirklich wieder rennen. Nimm mal mit hier. Hey, du bist ja schon wieder 50, hast du mir so wenige oder hast du nicht so gut vorgekämpft? Ja. Ja, wir sind so wenige. Ja, das war ja nur, ja, ich war, glaube ich, Elfte. Gleich bin ich Vierter. Guck mal hier, wie schön ich dich jetzt ausbeschuhe, ah scheinbar. Aber ich habe hier viel zu früh gebremst, ey. Jetzt kommt mein Abschnitt. Dreikor. So, dann guck mal, was da geht. Ach, fahr mal lieber wieder dahinter. Oh, voll verkackt die Linie hier hinten. Ist das zu spät? Komm, 10 Minuten habe ich noch. Hä? Was tut er? Die Hamilton-Taktik. Diesmal mache ich Sinn, ey. Als unsichtbarer Fahrt. Das ist ja wohl. Woa. 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 Na ja, ich bin bei dir vor schon sichtbar gewesen, oder? Ja, sieh übrigens sein Stream. Oh Mann, ich hoffe, ich falle jetzt noch mal. Oh, was mache ich? Wer stoppt? Dein Schuler ist immer komplett flüssig. Ah, scheiße. Warte ich noch nicht. Okay, jetzt aber wieder Konzentration, ey. Deine Karre sind ziemlich demoliert. Das muss schon wieder unsichtbar sein. Das muss schon wieder unsichtbar sein. Warte, das sehe ich ja zum Glück nicht. Jerofe, das ist wohl so schwierig. Ich schaue es jetzt. Ich schaue es jetzt. So jetzt mache ich noch etwas vor. Das ist ja schon wieder mit einer Voraleinsen. Ich hatte das mache mich. Gaffee, das ist ja schon wieder. Und der rote war es so lange. Wenn Sie keine Voraleinsen sehen, Ich bin schon mal. Sie sind die Überlegnd, Oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein, oh nein. Oh nein, oh nein. Oh, Glück gehabt. Ich dachte, jetzt kriege ich eine Penalty. Die war super gefahren. Aber das war zu spät. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein, oh nein. Oh nein, oh nein. Oh nein, oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. oh gott hey die verkannte ich immer du hast ja noch ein ero schaden ich nicht aber das war wieder zu spät oder vorher fast deswegen habe ich gerade aufgehört zu sehen er hat so das waren kann das ist ja alles nicht so schön hast du gerade bekommen ja ja ich auch bei korn vorbei ich habe meinen namen gehört bei korn ist vorbei gleich kommt da kommst du ja gar nicht mehr jetzt schon da hätte jetzt wahrscheinlich einfach zur zweiten schikale oder danke so ja jetzt gleich ich ja ich ich ja ja Verschalten Verschalten Musstest aber auch übertreiben Ich darf die Schilder links nicht aus den Augen verlegen dann mach ich Platz für dich oh das ist ja lieb nein, siehst du schon zu spät ich hab noch links geguckt, da war es schon die 150 das war überhaupt nicht mit Absicht ne, es war ja auch gut so, aber ich hab halt zu spät geguckt ah nein, war mein Fehler aber danke fürs Warten, das ist sehr lieb ja, macht ja Spaß soweit das ist ja für mich jetzt die Hauptsache, ich meine am Anfang war es halt schade, sonst hätte ich dem Schieb da mal ordentlich Parodie bieten können vielleicht aber du kannst dich ja noch zurückfallen lassen ja, wie ist es da vorne schieben? sehr langweilig das kann ich mir denken ne, aber trotzdem ganz uninteressant ist es nicht, macht schon Spaß aber Positionskämpfer wär natürlich besser scheiße, ich bin noch in nem falschen TS fuck wie sollen wir das jetzt verstehen? wir können nicht hier auch rausschmeißen nicht nicht das hier, ich bin noch in nem anderen wollte ich sagen ja, wahrscheinlich da wäre ich jetzt gerade zugebombt warum antwortest du nicht? bist du da? Mike, ich brauch dich auch pero, dein Auto ist so laut aber dass bah was mach' ich denn noch Jetzt war ich zu spät, jetzt ist es schön Lass uns zusammen fahren, seit 4 Runden kriegen wir den Brennenskopf nicht hier Das war's für heute ach so hat der saugen kann die muss dann ist er gefahren ist schön schön besser schneide Keine Chance. Keine Chance. Und AJ versucht sich in Nissan oder was? Ja, stimmt. Ja, aber schon ist ja wieder unnützlich. Aber wir können das nicht nur mal testen. Das ist schade. Ja, bitte schon. Wir können doch mal eine Sitzung aufmachen. Ach komm, fahr du vor mir jetzt. Nee, fahr du. Ich will nicht. Schöne Pirouette noch. Ja, hier, aber guck mal. Die haben jetzt das 4.2 Uhr angebracht. Ich bin beim Rennen gefahren und da wollte ich den hinter mir mal schnell vorbeilassen, weil der vorher auch nicht noch mal vorgelassen hatte. Nur leider klebt er mir direkt vor Ziel, einfach direkt hinten dran. Ja, und dann bin ich schnell rüber, habe das Lenker umgerissen, voll in die Eis gestiegen. Er fährt mir natürlich voll hinten drauf, ich rutsche voll hinten zu. Also habe ich schiefgegangen. Und da alles. Ja, ich glaube es. Ja, ich glaube es. Wenn ich noch nicht noch nie komme, ich bin immer noch nicht mehr. Ich bin jetzt noch nicht gleich. Ich bin da, ich bin da. Vielen Dank.